Du hast damals immer gesagt, wir wollen unsere Liebe nicht bauen auf dem Unglück der anderen. Also nochmal. Und? Trockeneimer. Und es verletzt mich, wenn du mir dann sagst, immer wieder und immer wieder, dass ich hier gar nicht sein will. Ist es eine Hüte oder was? Ja. Du brauchst eine Astrologin, um dein Mietvertragsproblem zu lösen und so. Oh, Brennessen. Oh ja. Interessant. Und so hat man Schwertöchter. Nur um sie zu pionieren. Meine Sorge ist, dass du dich ja eigentlich nur in Berlin wohlfühlen kannst auf dieser Welt. Das ist meine Sorge. Ja, es geht ja doch, ne? Na, was sind deine Gefühle beim Preahnen-Sucher? Was sind meine Gefühle? Na, was fühlst du jetzt? Wahnsinn. Also, wenn du mir das heute Morgen gesagt hättest. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.